Wenn wir die Konferenz-League nicht erreichen, dann haben wir unsere Ziele tatsächlich nicht erreicht und können auch nicht zufrieden sein mit der Saison. Wir wissen, dass wir angewiesen sind auf ein Ergebnis in Berlin. Und trotzdem müssen wir natürlich, und das steht an erster Stelle, wenn das Ergebnis in Berlin stimmt und uns das nicht, dann haben wir ein Problem. Bedeutet, es geht für uns darum, dass wir in Bremen auf uns schauen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen, dass wir das Spiel annehmen, dass wir nochmal versuchen, eine gute Leistung zu bringen. Es ist so, dass wir natürlich sehr, sehr lange dieses Jahr um Europa gespielt haben, das immer noch tun am letzten Spieltag. Ich habe das immer wieder gesagt, wenn wir das tun, dann haben wir eine gute Saison gespielt. Natürlich, wenn wir jetzt so lange oben mit dabei waren, wenn wir die ganzen Voraussetzungen nehmen, dann haben wir uns Europa als Ziel gesetzt. Ich möchte mit Mönchengladbach in die Konferenz-League. Und ich glaube, das beantwortet die Frage, die du sportlich gestellt hast, was ich mir wünsche, ist, dass ich eben mit meinem Verein erfolgreich bin und die Konferenz-League erreiche. Dazu müssen wir gewinnen.